Der in den letzten Wochen ganz alltägliche Fußball-Wahnsinn, er geht in eine neue Runde. Achtelfinale, Deutschland gegen Schweden, jetzt geht die Fußball-WM erst so richtig los. Und der Optimismus bei den Fans, er ist ungebrochen, auch hier in Aschaffenburg. Für viele gibt es heute nur einen Sieger. 8-0 zu 1-3. 5-1 für Deutschland. 5-1 für Deutschland. Was erwarten Sie sich vom Spiel heute? Eine super Stimmung und ein Sieg für den deutschen Mannschaft. Wie geht's aus? 3-1. 3-1, klar, Baller dreht heute mal auf, der macht heute mal den Kopfball rein. Und ansonsten, ja, Schneiderlein, der macht heute wahrscheinlich auch mal ein Tor, da wird auch mal Zeit dafür. Und ja, Polonski, würde ich sagen, macht noch eins.